Stell dir vor, es ist das Jahr 2035. Du schlägst deine digitale Zeitung auf und bist konfrontiert mit Schlagzeilen wie Antarktis, das Eis kehrt zurück oder der Regenwald erholt sich schneller als gedacht. Stell dir vor, du freust dich wieder über die drei, vier Tage im Sommer, an denen das Thermometer über 35 Grad klettert. Und im Winter brauchst du einen Schneeanzug und kein T-Shirt, um über den Weihnachtsmarkt zu schlendern. Damit meine Zukunftswünsche wahr werden, kannst du was tun. Indem du zu Weihnachten Zukunftsgutscheine für German Zero verschenkst.